Let's Plays und dem Spiel Hex Shades of Fate Und ja, ich hab einfach mal wieder Lust eine Runde zu zocken Ich fliege morgen in den Urlaub, es geht nach Mallorca Zu einem Tanz-Event, also nicht der typische Malle-Urlaub, den die meisten von euch vielleicht kennen Ich werde Sidesa bei Chattaki Somba tanzen mit Freunden Die kenne ich auch schon vom Tanzen alleine Ja, Ausfordern Ah, ich hab Rekord noch Ich fliege morgen in Mallorca Zu einem Tanz-Event, also nicht der typische Malle Hm, okay Zurück ins Game Ich wollte Eigentlich genau die Frostring Arena ein bisschen spielen Es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, seitdem ich's getestet habe Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, welches mein gutes Deck war und welches das schlechte Also, schlecht eigentlich nicht, ich hab alle überarbeitet Blutgrün hab ich und Shinchara Onslaught ist Blutgrün Aber das war relativ groß, mit über 80 Karten, glaub ich Ich nehm einfach mal Blut, weil ich weiß, da hatte ich nicht ne Legendary, aber ne starke Epic Card Und mit der will ich jetzt einfach mal spielen Was der Held kann, muss ich gleich mal gucken Aber ich würd sagen, ich mach einfach mal Wir haben hier alle fünf Runden ne Bossrunde Für die, die es nicht kennen Und zwischendrin passiert auch manchmal was, dass irgendwelche Gegner Vorteile kriegen plötzlich Irgendwie Karten ziehen dürfen und Zwei Monster dazukriegen oder irgend sowas So, erstmal Schon ein bisschen viel Mana Aber dafür hab ich ne teure Hand Ich behalte es lieber mal So, was kann denn mein Held Eine Einheit, eine Wahrheit, minus eins, minus eins Ach ja genau, für vier Mana Habe ich deshalb genommen Weil man damit auch Einheiten töten kann Scheiße, bin ich dran Nein Ne, der Gegner war dran Oh, zum Glück, ich dachte schon, ich hätte meine Phase des Mana ausspielens verschenkt Was spielt er denn? Das ist ja mies Mit zwei Mana Also einen Schaden verteilen ist ja okay Aber auch mit dieser 25% Chance Kann ich ganz schön übeln Das ist ja mies So, F8 war die Schnelltaste für Auf Runde beenden und okay Die sollte ich mir mal merken Und ich hab wieder Mana gezogen Uh, das könnte echt teuer werden Im Hintergrund läuft übrigens Technobass FM Da höre ich hin und wieder mal ganz gerne aus So haben wir hier noch ein 3-1-A Ah, der hat jetzt Schnelligkeit bekommen durch seine Händlichkeit, oder? Genauso wie der Das ist ja mies Ha, kriege ich dadurch Durch seinen Lack echt 5 Schaden mehr als Eigentlich Aber die haben alle nur ein Leben Also wenn ich erstmal 4 Mana gespielt habe, könnte ich nächste Runde einkillen Tödlich, toll Okay, es ist nur eine Verzauberung Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet 7, 8 Schaden für die nächste Runde Na geil Neun Schaden Wenn der Oh, er hat keine Schnelligkeit Hätte der Hätte der jetzt schnelligkeit gekriegt, wäre er im Arsch gewesen Aber er kann auch noch was spielen Aber die Runde sieht scheiße aus Er hat aber auch echt Lack gehabt So Jetzt kriege ich eine Billigkarte Jetzt spiele ich erstmal das Und verschlechtere seine Werte um 1-1 Dadurch stirbt er So Jetzt könnte ich entweder den Goblin spielen Oder das Dadurch würde ich ein Leben kriegen Wenn ich einen Opfer habe Wir drehen durch Aber ich kriege 3 Schaden allein mindestens Selbst wenn ich den teuren Blocker Oh, ich halte 2 Auflade Oh, ich halte 2 Auflade Ach, ich geh einfach auf Risiko Aber er wird 100% angreifen Wenn nicht ist er echt blöd KI übrigens Wobei die KI hier eigentlich echt gut ist Im Vergleich zu anderen Karten stehen Aber er greift an Und damit ist es eigentlich gelaufen Ich kann gar nicht blocken Okay Hätte aber eh nichts genutzt Na gut Also 3x kann man verlieren Hier oben rechts sieht man es Die Runde ist dadurch übersprungen Das heißt ich habe jetzt keinen Reward bekommen Was in der Regel aber wahrscheinlich eh nur Gold gewesen wäre Im Minimalsten Also nicht weiter schlimm Das ist schon wieder so viel Mana Dabei habe ich extra noch quasi eine Mana-Verteilung drinne Haha, eine Mana-Zone Uuuuh Aber ich behalte es trotzdem Weil lieber habe ich zu viel als zu wenig Das ist ja auch eine krasse Helmfähigkeit Für ein Mana und ein Leben dazu Und eine andere Kreatur kriegt das 1 plus 1 So der Effekt kostet Mana Okay, dann kann ich nächste Runde erst spielen Dafür könnte ich dann Die übernächste Runde Ach ne, da hätte ich den sowieso spielen können Und der ist sowieso cool Wenn man den eigentlich spielt Mittendrin im Spiel Wenn man schon ein paar Schöne Haare hat Na toll Wenn er in 1-2 sitzt Und verwandelt sie den Schild Wachen des Nichts Ist natürlich eine starke Kombo Wenn er die jetzt gleich spielt Und sich jetzt schon wieder mal eben holt Da hat er ja dann schon in der 6. Runde spätestens Genug Mana zusammen Ist rein einfarbig das Deck Ach scheiße, ich ziehe ja nur Ich dachte ich kriege da wenigstens getappt ins Spiel Da sieht man mal, dass ich hier schon echt schnell wieder raus bin Aber gut, ich habe eh nur diese Testmatches gemacht Damals zum Testen Da kriegt Mana dazu, kriegt ne Marke drauf Aber wenigstens spielt da nichts anderes Und das ist ne coole Karte Hey Das ist natürlich auch geil Aber erstmal dazu kommen die Karten zu spielen Aber lieber habe ich nen Gegner der Leben dazu kriegt Als einer der mir schon von früh an Vielleicht so viel Schaden macht wie der letzte 2-3 sonst nichts Okay Oh, er hat sich nicht seine Fähigkeit geholt Obwohl er noch ein Mana über hat Das heißt er wird vielleicht was in meinem Zug machen Ah geil Jetzt kriege ich jede Runde einen Kampfspringer dazu Obwohl er zwar auch ein Leben dafür Und kriege dafür So Ich könnte damit dann den hier gleich spielen Und den wenigstens verstärkt rausbringen Mehr könnte ich nicht machen Ich könnte dem einen Debuff geben Und würde ich nicht so viel Schaden kriegen Und könnte ihn leichter besiegen Aber da warte ich lieber mal ab Falls er irgendwas spielt Was nur einen live hat Das haben wir beide 18 Ihn fliegender mit 2-4 Und einen weiteren Lebenspunkt für ihn Und einen weiteren Lebenspunkt für ihn Mit einer weiteren Markung Der Reaktor-Bot Spiele ich mal Dann ne Aufladung Zack zack Und dann Spiele ich ihn Ach das war ja gar nicht beim Ausspielen Sondern generell Dann hätte ich nur früher spielen können Ich Idiot Nächste Runde Ach kacke ich hätte die ja sogar jetzt schon spielen können Fehler über Fehler Fehler über Fehler Ich kann den Effekt auch in meiner Runde machen So wie es aussieht Dann Opfere stehen Und locke den Würfel weg Aber er hat 4 Mana Es könnte gut sein dass er was macht Aber nein Er hat scheinbar nichts Doch jetzt kommt was Kann weder angreifen noch blocken Nooo Ich kann sie für sich selbst opfern Muhahaha Oh jetzt habe ich wieder den Bug Dass ich nichts klicken kann Und nicht aus dem Karteneffekt Doch hat geklappt Das Spiel ist nämlich zum Teil auch ein Heicht Buggy Ja Der kann nur auch von Artefakten und oder Blut Ja Ich glaube aber ich spiele erstmal den Fliegenden Weil ich zum einen habe ich dann kein Mana verschwendet Und zum anderen könnte ich sein dann auch tot blocken So Angriff Auf jeden Fall mit einem Roboter Der darf er nicht und der ist gerade gespielt worden Genauso wie der Es geht weiter mit dem Wunschraums 35 Jahre und Bergler Er bleibt get a Superstar Very nice Get a Superstar Get a Superstar Oh jetzt hat er mir die Karte Hab ich jetzt einen dem? Ne eher Erster Schlag Erster Schlag ist Shit Zumindest bei meinem Feind So er hat fast die 5 Marken drauf Aber er hat glaube ich noch keine Einheit Alle Beschwörungen der Recht schaffen halt Nö hat er noch keinen Uh, könnte ich noch einen spielen? Schade dass der Tod ist eigentlich Aber ich machs nicht weil dazu verliere ich gerade zu viel Leben Ähm Ich mach mal auf den Erstschlag Tüten So Der kann angreifen Den kann er gerne blocken Dann stirbt seiner und meiner nicht Der kann Weil der würde jetzt nämlich durchkommen mit dem Schaden Dadurch dass ich den geschwächt hab Krass er geht auf ihn weil seiner auch nicht stirbt Okay Daran hab ich jetzt zwar nicht gedacht aber Stören tut's mich jetzt nicht Uh Plus 1 auf der einzelnen Lebenszug Jetzt stört's mich doch Nicht so dass er meine Tod macht Warte mal ich spiele noch seinen Effekt und opfere ihn Weil so kriegt er wenigstens keine 3 Leben Ahaha Danke Ist aber trotzdem doof weil jetzt mein Fliegender ihn auch nicht totkriegen würde Das dürfte noch bekannt sein Das dürfte noch bekannt sein Ach Ach das war sogar noch einmalig Ach das war sogar noch einmalig Ach ne Schnellaktion hab ich gar nicht drauf geachtet Er kriegt wieder ein Leben Und hat jetzt die 5 Marken drauf Oh Oh Er darf auf der schon mal die Tiefkern und 20 Lebenspunkte kommen Also jetzt kriegen alle seine Einheiten plus 2 plus 2 So So das ist erstmal gut Und jetzt könnte ich auch eigentlich solange der lebt das hier spielen und verliere ich 2 Leben pro Runde Aber krieg auch genug Einheiten die ich immer wieder opfern kann um wieder Leben zu kriegen So So der kann nicht geblockt werden und der erstmal noch Mhhmhmhmhmhmhm Was mach ich jetzt 4-3 könnte ich sein aber killen Aber Er geht echt drauf, ja. Aber das stirbt mich nicht, weil ich kriege eine andere Karte. Nein. Obwohl, plus eins plus eins im Lebenszug. Dadurch würde seiner nicht sterben. Hm. Dann mache ich so wie vorhin. Ich opferte ihn, sterben würde er sowieso. Er stirbt, okay. Er muss nicht durch Kampf sterben. Dadurch könnte ich sie mir nämlich jetzt wiederholen. Er hat keine Leben bekommen, das ist nämlich auch sehr schön. Äh, habe ich hier gerade aus? Kann es sein, dass geopferte Einheiten keine Karten in den Leeren? Warum ist er da nicht auf dem Friedhof gelandet? Das verstehe ich nicht. Wo ist meine Einheit hin? Egal, wenigstens habe ich jetzt noch genug Mann und könnte den gleich noch spielen. Zwei Lebenspunkte für ihn und eine fliegende Karte mehr. Das sind alles Shin-Hara. Es wäre jetzt cool, wenn ich den ziehen würde, der für jeden Shin-Char, den der Opfer dann plus drei, plus drei kriegt. Oh, das ist geil. Das ist richtig geil. Jetzt spiele ich das nämlich auch und gehe auf Risiko. Ah, mit der kann ich auf jeden Fall angreifen. Der muss leben, die brauche ich zum Opfern. Den Fliegenden will ich zum Blocken haben, weil ich nicht mehr so viel Life habe. Wer kann ich? Ja, lasse ich erst mal. Wenn du einen Lebenspunkt erhältst, erhält diese Karte plus eins plus eins. Das ist quasi das Gegenteil zu dem, was ich hier habe. Nur, dass da einer sterben muss, dann hat sich plus eins plus eins. Er macht nichts und das ist sein Ende. Uh, das ist auch sehr schön. So, jetzt nutze ich einfach mal seinen Effekt und den Filter ein. Zack, er kriegt plus eins plus eins. Mach ich gleich nochmal. 4, 4, 4, jetzt kann ich damit nämlich auch angreifen. Zack, zack. Er hätte 5 zum Blocken. Den Fliegenden könnte er totkriegen, wenn er mit beiden Fliegenden blockt. Den könnte er auch totblocken, aber wenn er das macht, dann opfere ich noch ein paar für seinen Effekt. Dann kriegt er nämlich noch stärker und der könnte sterben, aber das wäre nicht ganz so schlimm, wenn er irgendwas mitnimmt. Wobei er wahrscheinlich... So, das war ein Wunschraubenserscher 31 Jahre, Junge. Er schreibt, hey DJ, ich wünsche mir von Rob und Chris Motz und das ganze Techno-Base-Team. Äh, wer geht jetzt alles auf den? Der Fliegende wird von dem Low-Fliegenden geblockt, das ist nicht schlimm, meiner gewinnt eigentlich. Der blockt den, nicht schlimm, seiner stirbt. Er hat doch keine Handkanten, das ist ja gut. Und alle drei gehen auf ihn, das heißt, ich krieg 6, 8 Schaden. Und er kriegt auch Leben, na gut, dann nutze ich seinen Effekt immer noch. 6, 8, 6, 7, 8. Wenn ich 8 Schaden mache, kann ich wenigstens 2 von seinen töten. Das ist aber schade, dass ich... Ach, scheiße, ich habe auch weiter gedrückt. Ich wollte auch noch ein paar mal opfern. Fuck, 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 fuck. Das war jetzt doof, weil ich hätte ja noch eine andere opfern können. Dann wäre ich 9, 9 gewesen. Dann hätte ich zwar nicht alle drei von ihm gekillt, weil ich dafür 10 Schaden hätte machen müssen, aber... Er hätte überlebt. So, auf jeden Fall soll der sterben. Jetzt mache ich nur noch 6 Schaden, dann geht es ja leider nur so. Schade, 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 aber gut, die Runde war trotzdem geil. Ich könnte ihm noch einen Debuff verpassen und könnte er mir nur einen Schaden machen. Denn für jeden, der gerade gestorben ist, habe ich auch noch Lebenspunkte bekommen, dank dem Effekt von meinem Blutträger. Ich hätte mir eher angeraten, den Dings zu machen. So, das hier war ein Wunsch von Philipp, 17 Jahre, junger Schipel. Den Fliegenden mit Tod zu blocken. Wobei es war auch schlau, weil ich den ja gerade so pushen konnte. In Kombination mit meinem anderen war das schon nicht verkehrt. So, endlich eine Runde gewonnen. Gold bekommen, war ja klar. So richtig schwer wird es eigentlich erst ab Runde 5, weil die dann schon richtig böse Fähigkeiten haben. So, ja, diesmal habe ich echt einen Scheiß-Mana. Ich hoffe, ich habe es besser. Zwei, drei, vier, naja, besser als eben. Ich habe fünf, einen 4-1-Vogel. Habe ich den überhaupt drin? Er ist doch viel zu empfindlich. Weil er fliegend ist und so stark. Ich weiß es echt nicht mehr. Ach, vielleicht haben sie auch an den Karten was gemacht. So, wenn ich das jetzt spiegle, dann kriege ich relativ schnell Schaden. Und werde in 20 Runden spätestens cold. Deswegen hebe ich mir die Karte Liebe erstmal auf, bis ich irgendwie eine Kombination draus habe. So wie eben. So, was haben wir hier? Lebensentzug und Flug. Das ist ja mies. Ein Moskito. Ist zwar nur 1-1. Könnte ich also mit meiner Heldenfähigkeit töten. Aber bis dann hat er sich auf jeden Fall ein bisschen an meinem Leben bedient. Ich glaube, jetzt spiele ich es auch einfach mal an. So, jetzt kommen wir zum Florian, 17 Jahre. Aber jetzt habe ich tödliche Waffen, jetzt könnte ich... Na toll, der Gegner kriegt sieben Lebenspunkte und zwei Karten. Nochmal sieben Lebenspunkte und zwei Mana ziehen. Aber es ist eine weiße und blaue Karte. Das kann er also momentan noch gar nicht spielen. Wir brauchen mindestens ein Mana jeweils. Ach nee, das sind die Effekte. Zwei Karten ziehen und sieben Lebenspunkte kriegen. Ja, Schweinepriester. Das ist 1 plus 1. So, was wollte ich gerade sagen? Ja, durch jämmerliche Brut kriege ich jetzt wieder Kreaturen und ich könnte sie wenigstens zum Blocken benutzen. Und mit tödliche Waffen könnte ich dann wenigstens zwei Gegner auf Tod blocken mit. So, jetzt könnte ich einen Typen spielen. Meine Heldenfähigkeit. Plus 1 plus 1, wenn er drei Mana opfert. Könnte er zwar schon. Aber ich glaube, der Moskito, der stirbt mich momentan mehr. Weil A kriegt er Leben damit und zweitens ist er fliegend. Und nicht blockbar. Zumindest momentan. Nächste Runde könnte ich ja meinen Fliegen dann spielen. Aber ich glaube, ich gehe eher auf den Hydralisten. Raserei hat er. Und die war für den, der ihn blockt. Iiiiih. Nimm die, nimm die. Dann hat er die hin, dass er tut. Ja. Jetzt hat mein Mana leider minus 2, minus 2. So, jetzt spiele ich erst mal den. Und dann... Ich finde tödlich auch so mies. Tödlich... Also... Achso, der ist schon tödlich. Ne, ich meinte, Raserei finde ich so mies. Weil durch Raserei... Kriegt er immer... Je nachdem, wie hoch die Raserei-Fähigkeit ist... Bonus-Damage, wenn er angreift. Dauerhaft. Das heißt, wenn ich fünf Runden lang angreife mit Raserei 1... ...ist die Karte in der sechsten Runde plus 5 stärker. Also in dem Fall dann 8 schon. Das finde ich echt böse. So, wenn ich mit dem angreife, blockt er wahrscheinlich mit dem. Passiert also nichts. Dann lasse ich es dann lieber zum Blocken da. Wenn ich mit dem angreife und er blockt mit dem und stirbt er sowieso weit tödlich. Aber auch bei minus 1, minus 1 kriegt er als Blocker. Und er dadurch genug Schaden kriegt. So, lasse ich zwei Schaben durch. Momentan nützen mir die Viecher ja noch nichts. Deswegen kann ich ja auch... ...vieh opfern, weil ich kriege ja jetzt auch immer noch einen Schaden pro Runde durch diese Karte. Oh, was haben wir hier? 5,5 kann ich blocken. Mhm. Er hat keinen Mana mehr, kann also seine Karte auch nicht verstärken. So, neuer Kampfspringer dazu. Was haben wir hier? Wenn eine von dir kontrollierte Einheit in diesem Zug dem gegnerischen Champion Schaden zufügt, rief sich dieser Champion eine Karte aus dir ab. Er hat vier Karten auf der Hand. Das wäre cool. Ach, schade, warum sind die noch... Also der eine ist klar, aber warum ist der andere? Sonst hätte ich ihn definitiv. Der kann nicht blocken. Zwei Schaden machen können, also zwei Einheiten. Obwohl, der macht keinen Schaden. Der kommt nur durch. Dann hebe ich mir die Karte vielleicht lieber noch auf. 6 Mana kann ich den spielen mit. Ja, dann hätte er jetzt schön zwei Karten ablassen können. Ich glaube, dann hätte er auch bestimmt die eine blocken lassen, damit ihm das nicht passiert. Ja, so. Dafür sind sie da gut. Verhindern, dass ich sieben Schaden kriege. Und ich habe nur zwei Schaden bekommen, um die jeweils zu kriegen. Na gut, dass ich Blut bin. Blocken kann ich leise. Warum kriegt die Minus 1 Minus 1? Achso, er holt die sich wieder. Aber die ist immer noch Minus 1 Minus 1, oder was hat das zu bedeuten? Das ist echt witzig hier zum Teil bei dem Spielen. Also im Vergleich zu anderen Karten Spielen Magic. Füge einen Champion oder eine Einheit deiner Wahl. Stimmt, deswegen habe ich es reingenommen. Die andere Karte, die ich vorher drin hatte, hat nur einen Champion Schaden machen können. Was ja der Beheld ist. Da habe ich am Anfang nicht so dran gedacht. So, die ist jetzt 4-2 schon. Aber ich wette, wenn ich mit der angreife, blockt er die mit dem Tod. Seine stoppt zwar auch, aber er kriegt wenigstens 3... 3 Leben dazu. Ich habe 6 Mana. Er kann auch höchstens nur mit 2 blocken. Ich glaube, ich spiele die Karte mal. So. Die kann momentan nicht angegriffen werden. Die hat sowieso tödlich. Könnte ich den beiden tödlich geben. Hatte er irgendeine mit einem Leben? 2 sogar. Echt, die macht es glaube ich so. Das ist auf jeden Fall böse. Ich hoffe nur, dass er den nicht wegblockt. Aber Rotter vermutlich, ja. Hätte ich an seiner Stelle auch. Ach schade, hätte ich den gespielt? Ein Mana für 2 Opfer und ich hatte ja 3. Dann hätte ich jetzt, wo er den als Blocker deklariert und er ab 2-2 ist, 2 Schaden machen können. Das ist ja auch eine coole Kombo gewesen, ja. Äh, warum hat er jetzt keine Karte abgeworfen? Dann müsste ich doch mal nachgucken. Hab jetzt viel Spaß mit ihm. Ich bin jetzt hier mit raus. Ich muss nämlich jetzt... Wenn eine von dir kontrollierte Einheit in diesem Zug dem Gegner euch den Champion Schaden zufügt, zog sich dieser Champion den Kart aus dir ab. Der hat Schaden gemacht. Der hat nichts abgeworfen. Outdoor-Bekleidung für echte Männer. Jede Jahreszeit für jedes Wetter. Die ist 5,5. Ja, blocke ich doch. Die ist klar. Wenn das schön ist, sein Stippe. Outdoor.de Herrenoutdoor.de Okay, jetzt hat er den Moskito wieder, aber er ist wieder 1-1. So, ich kriege 2 Aufladungen, wodurch der dann gleich stark ist. Jetzt muss ich aber auch aufpassen, weil mein Leben jetzt auch langsam zur Neige geht. So, da ist nächste Runde eh wieder 1. Und den will ich eigentlich nicht blocken. Hä, bin ich jetzt bescheuert? Warum lebt der hier überhaupt eigentlich noch? Tödlich. Ey, das Spiel ist, glaube ich, gerade einfach wieder nur Buggy. Ihre Menge an Schadenspopfen, die ich durch dieses Attribut einer Einheit zugeführt habe, ist tödlich. Ja, weißt du, das hat so richtig Bäm. Bäm. Aber irgendwie macht es gerade nicht Bäm, weil der wäre tot. Und das wird mir jetzt wahrscheinlich echt ein Verhängnis. Scheiße. Mein Flieger stirbt. Dass er den nicht blockt. Krass. Hätte auch mit dem Dings blocken können. Wenigstens greift er nur mit einem an, das ist gut. Ah, vielleicht ist der nicht geschoben, weil es heißt an Kampfschaden. Und der macht ja gar keinen Kampfschaden. Aber ich hätte gedacht, dass die Berührung da trotzdem schon tödelt wird. Gemeinsam hier bis 20 Uhr. Zwei Schaden zu von jeder von Ihnen gewählten Karte, die eine Hand abbringt. Wie auch schon gestern. Aha, ich habe keine Handkarten. Das war Fail. Na gut, ich bin erstmal leiser und wünsche euch viel Spaß. Jetzt kriege ich nämlich keinen Schaden mehr. Dann melde mich dann später mal wieder an. So, zwei Schaden. Der ist auch tödlich. Also wenn ich mit dem angreife. So, jetzt kriegt er drei Schaden. Und so ist seiner wenigstens mit tot. Oh, ich dachte schon, weil er wieder viel Leben stehen hatte. So, es stört mich nicht. Wird damit geblockt. Zack. Störbt. Ich kriege ein Leben dazu. Und er spielt schon wieder diese Karte, obwohl ich ihm wieder keine Handkarten habe. Ja, die kennen wir ja. Die hat er gerade gespielt. Uuuuuh, klingt. Warum klappt das nicht? Achso, ich muss auf den Champion klicken. Schade. Alter, wie oft hat er diese Karte auf der Hand? So, er hat einen Mana. Ich kann also davon ausgehen, dass er nichts Böses hat. Die kann er auch nur verstärken, wenn er was hat. Yes. Ja, manchmal muss man ein bisschen pokern. Achso, das ist ein Komma. Er fügt mir damit zwei Schaden zu. Deswegen hat er das auch gemacht. So blöd war er also gar nicht. Sechs Schaden. Hab ich schon gewundert, weil ich war ja eigentlich noch bei 13. Jetzt sollte er aber was blocken. Warum ist die jetzt sogar 3-3? Ich habe keine Handkarten. Warum ist die stärker als vorher? Okay, deswegen nicht. Ah, hier. So, eigentlich habe ich, glaube ich, gewonnen. Boah, jetzt kommt mindestens ein Schaden durch. Wir stampfen immer weiter und die Leute stampfen mit. Ey, Alter, mach mal lauter. Nimm dir den ganzen Schritt. Wir stampfen immer weiter. Hasta la vista. Obwohl er hier die Dings hatte, die Zusatzeffekte. Und ich kriege trotzdem nur eine normale Goldbelohnung. Pff. Oh, cool. Der Fehlschlag ist jetzt raus. Das hat sich natürlich dann doch gelohnt. Spam-Roboter. Plus 1 Stärke, plus 1 Stephens. Und zu Beginn des Spiels erhalten 4 zufällige Roboter aus dem Deck. Plus 1 oder plus 1. So, 3 Mana-Karten und 4 Handkarten mit je 3 Mana-Kosten. Das klingt eigentlich gut. So, das ist eine Verstärkung. Graserei. Und das ist schon günstig. Flug. Eine Karte aus, die er absurft. Okay. Defensiv. Kann er so nur blocken, ja. 1-1. Vielleicht sollte ich dann doch erst auf den Kriegenden gehen. Dann stirbt er wenigstens nicht. Alter. Einen zufälligen Champion einschaden. Ich hoffe, er verstärkt jetzt den. Dann könnte ich den nämlich mit meiner Heldenfähigkeit eventuell töten. muss ich nur noch eine Runde glück haben. Aber es ist eh ein Blocker. So, jetzt habe ich noch eine Handkarte abwerfen. So, jetzt habe ich 3 Mana. So, spiele ich den Kriegenden. Muss er auch noch eine Handkarte abwerfen. Und das sah eigentlich ganz schön. Das hat er abgeworfen. 4-4. Hätte einer plus 2 Defens kriegen können. Nächste Runde kann ich einer minus 1, minus 1 verpassen. Ich hoffe, dass das mit ihm hier klappt. Ja, da hat er trotzdem noch den. So, ich blocke nicht mit ihm, sondern ich töte den mit meiner Heldenfähigkeit, den vielleicht mit Mord und den könnte ich ja direkt töten, weil dann ist keiner da, den er verstärken kann. Da habe ich Mord auch nochmal, das ist schön praktisch auf jeden Fall. So, 4. Erstmal Heldenfähigkeit auf ihn. Was war das eigentlich nochmal? Weiter zur Angriffsphase? Also nein. Ach, das war der, der andere, äh, hier ist unser Shinra töten kann, essen kann. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Mord. Oh, da spiele ich. Ah, ich habe ja noch eine. Die kein Artefakt ist. Oh nein. Oh, zum Glück. Das sind ja alles Artefakte. Scheiße. Das ist ja doof. Muss ich doch anders umdenken. Den könnte ich mit dem töten. Ja, dann spiele ich ja Pinke erstmal ihn her. Der Kontrollturm macht nur plus einen Angriff. Hm, der kann sterben, den hätte ich gerne gepusht. Das heißt, ich greife nicht an. Und jetzt kommt der auch noch. Er spielt rein Artefakt und spielt von Mana her bunt. Er hat auch noch zwei Mana. Ich könnte auch sagen, beide den, aber er kann drei Schaden verteilen. Das wäre doof. Dann mache ich lieber so. Nächste Runde den Kontrollturm. Schade, dass ich nicht Mord auf denen spielen kann. Das ist jetzt ärgerlich. Sieht doch nicht so gut aus gerade. Hey, Mana. Ich könnte tödliche Waffen spielen. Aber es wäre schade. Schade meiner Einheit. Aber ich habe auch keine andere. 4 Mana, 5 Mana. Damit würde ich jetzt auch nur 3, 2, 4, 2 Schaden machen. Aber nächste Runde nochmal Damage von dem kriegen. Dann bin ich fast im Arsch. Zumal der ja auch noch stärker werden kann. Na gut. Den könnte ich auch weg beim... Aber mein Ziel war ja, den Schaden zu verhindern. Das lässt mich auf jeden Fall 1, 2 Runde länger leben. Toll. Dann hätte ich das gewusst. Aber ich habe 5 Mana. Das ist schon mal schön. Dann lasse ich die jetzt nämlich opfern. Bei nächster Gelegenheit. Und dann habe ich 2 Schadenhaare, die wir entweder zum Blocken benutzen können. Oder um ihn hier zu pushen. Zumal die ja auch die Schadenhaare Kampfspringer ja auch einen Einzelnen unterstehen. Kommandoturm. Eine Aufladung. Guuuut. Hmmm. Und auch Artefakt. Schade, meine Mordkarten kann ich hier gar nicht spielen. So, und wieviel opfere ich? Eine. Dann habe ich noch einen zum Blocken für eine Lowkarte. Wie die da. Andernfalls wäre sie 8-7. Was natürlich auch ziemlich cool wäre. So, in seiner Runde kann ich eh blocken. Mach ich doch lieber so. Vielleicht ist er so doof und blockt. Andernfalls kriegt er wenigstens einen Schaden. Kacke. Aber noch kann ich ihn blocken. Ha, an den Fingern kriege ich tot, wenn ich nochmal 2 Mane erziehe. Was ist ein Rotter deiner Wahl? So. Scheiße. Mit 4 Mane? Warum ist der jetzt sogar 6? 5? Ach kacke. Wenn der angreift. Scheiße. Dann kriegt er eine Aufladung. Und wenn der eine Aufladung kriegt, ich bin tot, wenn ich nicht blocke. Fuck. Aber ich mach 5 Schaden. Immerhin. Wenn ich nicht blocken kann. Oh mein Gott. Wir drehen hier voll. Aber wir sind hier nicht zu machen. Wir wollen den ganzen Club sprengen. Hey Bro. Was geht um? Wenn jetzt ja was? Wenn wir drehen. Wir drehen. Kacke. Hätte ich den geoppelt, dann hätte der jetzt überlebt. Minus 1, Minus 1 und ziehe eine Karte, sehr gut. Ich mach's lieber jetzt, wie der da noch verstärkt wird. Vielleicht ist die Karte, die ich ziehe, auch Mana, das ist schön. In der nächsten Runde vielleicht noch eins. Ich hoffe, die nächste Monsterkarte, die er spielt, ist nicht Artefakt, damit ich halt irgendwie meine Mordkarten mal spielen kann und mal halbwegs einen Vorteil habe. Er hat gar nichts gemacht, dann hat er wahrscheinlich eine Handkarte. Okay. Wenn diese Karte ausgespielt wird, erhält ein anderer von dir kontrollierter Roboter deine Wahl 1-1. Hatte aber keinen. So, war klar. War auch klar. Scheiße. So schnell kann's gehen. 3-2. Dauerhaft. Oder? Das ist sogar eine schnelle Aktion, das habe ich gar nicht gesehen. Aber es ist immer noch ein Artefakt. Tja, was mach ich? Angreifen? Könnte ich vielleicht einen Schaden machen. Wenn er blockt, kriegt er wenigstens plus 1 plus 1. Dann ist er 4-3. 4-3. Mit der Heldenfähigkeit. So, noch ist er zu gefährlich. Ich gehe einfach auf Risiko. Entweder er lässt es durch oder er tötet ihn und meint es stärker als seine. Wobei, ab nächster Runde. Und noch eine. Na danke. Oh, und jetzt ist der Effekt, dass er stärker wird. Scheiße, jetzt kann ich ihn nicht mal mehr blocken. Also, ich muss blocken, sonst sterbe ich. Schade, schade, schade. Aber nur noch eins. So ärgerlich. Toll. Das war's. Ich hoffe, jetzt kommt der Typ nicht hin und gibt dem Boss dann noch 7 Leben und 12 Bonuskarten. Das wäre recht übel. Ich würde zuerst spielen. Hier, aber auch teure Handkarten. Ich behalte sie. So, was hat er jetzt Fähigkeit? Ach, das war der Penner, der pro Runde anderes Mana kriegt. Das ist eine schöne Eröffnung. Vor allem in Kombination mit dem da. Ach ja, das war die Gegner Schaden machen und ich krieg so viel Leben. Sag mal hier, großer Socker und ein kleiner. Diese Karte hält in allen Zonen Kosten von Minus 1 für jeden unterschiedlichen Schwellenwert, den du besitzt. Wenn diese Einheit einen Gegner in den Champion schadenzufügt, wirft jeder Champion sämtliche Karten ab und zieht 3. Jeder Champion. Aber fliegend ist der Penner auch. Aber zum Glück schwach. Aber die Effekte sind trotzdem böse. Fünf Mana habe ich leider noch nicht, um da hin zu spielen. Vier, ich gründen. Ah, fuck. Ich muss natürlich eine Zauberkarte treffen. So, ich greife trotzdem an, weil entweder macht er Schaden, er wird totgeblockt. Sehr gut. Vielen Dank! Erstens ist es schön, wenn er tot ist, dann kann ich hier Opfer für... Mensch, Wookie! Und zweitens ist so sein scheiß Effekt weg. So, der nächste. Der Boss war echt kacke, weil die alle Effekte haben die dann noch alle anderen hier. Gerade er hier. Also jeder, der jetzt 4 oder mehr kostet, kriegt die Fähigkeiten, die sie hat. Wenn sie hat, kann nur von Artefakten und oder Einheiten mit gleicher Splitterart geblockt werden. Toll. Dann hätten diese und weitere von dir kontrolliert, er hat eine Einheit plus 1. Mit 5 Mana werde ich den jetzt Opfer nächste Runde. Ich kann nur auf Tempo gehen. Das ist das Einzige, was... ... ist nochmal eher scheiße. Also es ist zwar cool, um den da übelst immer zu kriegen. Was mach ich denn? Was mach ich denn? Los, blocke und stirb. Schade. 2 Mana. Du hast 1 plus 1 zum Flug. Das ist noch okay. Was kommt jetzt? 3 Mana. Okay, der kann einfach nichts. Nochmal die. Aber Mana wäre besser gewesen, damit ich so wenigstens einmal spielen kann. Hm. Ich spiele ihn. Ich muss offensiv vorgehen, sonst wird das nichts. 3, 2, egal mit welchem er blockt, er würde sterben. Das sind noch keine schönen Scharen, also haben auch keine weiteren Effekte für mich. Der blockt und seiner stirbt mit. Sehr gut. Scheiße, 6. Wenn diese Karte aus einem anderen Einheit geblockt wird, erhält diese Einheit in diesem Zug minus 1-1. Okay. Begräbt jeder gegnerische Champion die obersten Karten seines Decks, wobei die Anzahl gleich der Summe aus Stärke. 4 Karten, der Summe, 8 Karten also. Und dazu dann noch den Effekt von hier. Kann nur von Artefakten und die ist rot geblockt werden. Und wenn sie Schaden macht, kriegen alle seine Einheiten plus 1-1. Acht Karten weg. Das ist auch so geil. Unblockbar und plus 1 plus noch was. Da ist mein fetter Golem drin. Naja, zwar gute Karten, aber nicht meine besten. Er hat keinen Mana und greift mit der an? Achso, der ist fliegend. Ich will blocken. Mana, Mana, Mana. Hm, du Sackgesicht. In der Aufladung hältst du mit dieser Karte eine Stoßwellnakel hinzu. Entferne ihn. Zwei Stoßwacken von dieser Karte. Tappe eine Einheit deiner Wahl. Ich habe vier Mana. Ich kann sowieso nichts anderes spielen. Chor und mach's. Karte, ich will dann auch schauschen. Wie ist das denn? So wie ist das denn? Ich wird vom Karten ein bisschen verständnisvoller. Karte, ich kriege den. Wunder nach die Stoßdreppe. Ich kann nicht zuhause gehen. Wozu die Karte mit der Karte kommt. Ich kann nicht zuhause. Ich kriege auch immer 5 Leben dafür. Noch so ein dicker. Wir haben halt alle die Fähigkeiten des anderen. Da sind es auf einmal 4 Fähigkeiten, die er hat. Aber es sind dieselben Effekte. Er macht nichts. Na gut, aber der würde jetzt auch nicht überleben, wenn er den durchlässt. Ach man, warum ziehe ich keinen Mana? 8 Schaden. Könnte ich beide totblocken, wenn er was machen sollte. Ich könnte ihn noch provozieren, indem ich mit allen angreife. Weil der könnte die töten. Genauso wie der. Aber er wird bestimmt mit den Starken dann den blocken und den. Ich kann es eigentlich nur probieren. Sterben würde ich nicht nächste Runde. Und wenn er nicht blockt, ist er tot. Er geht mit allen auf den. Aber das ist eigentlich nicht mal schlimm. Jetzt kann ich nämlich entscheiden, welcher stirbt. Meiner auf jeden Fall. 8 Schaden kann ich austeilen. Die beiden waren bescheuerter. Dann sind doch stärker. Sehr gut. Und er hat nur noch 3 Leben. Kann ich damit auch ein Champion angreifen? Nein. Und er kriegt sie auf die Hand. Und sie wird nur teurer. Das ist übel. Jetzt kriegt irgendeine Plus 3, Plus 1. Die Zauberin hätte ich ihm aber auch angeraten. Und er nochmal. Vom 2 kostet die nur. Ich habe so eine auch. Die beim Schaden machen billiger wird. Mana. Auf Mana? Warum kriege ich kein Mana? Für jeden gegnerischen Champion einen Schaden zu. Das ist aber auch gut. Denn damit sind es nämlich nur noch 3 Runden, bis der Gegner tot ist. So, die lasse ich jetzt zum Blocken. Weil zusammen kann ich auf jeden Fall was totblocken. Es kommt hier. Meistertheoretiker. Er kriegt einen Kriegsroboter. Mit Schnelligkeit. Und die gesockelten Kräfte dieser Karte. Und diese Karte hat... Wenn diese Karte ausgespielt hat, erhält die Gegner... Eine Gegner hat eine der Wahl. Minus 1. Minus 2. Minus 2. Das ist richtig übel. Jetzt muss ich mich aber ranhalten. Danke. So. Ich blöcke. Ich kann nicht blocken? Warum kann ich nicht blocken? Der ist nicht fliegend. Ach, war der nur von Artefakt oder Blauen? Scheiße. Warum hat er da noch nicht vorher mit denen in den Blocken? Na, endlich. So, ich könnte die jetzt spielen. Auf jeden Fall muss ich das spielen. Und eine Runde muss ich überleben. Das heißt, ich könnte wieder Monster spielen zum Blocken. Die hat sogar Lebensanzug. Die muss tot. Egal mit welcher er blockt. Ach nee. Außer die. Ich würde gerade sagen. Egal mit welcher er blockt, eine von seinen stirbt. Bei Erstschlag war zum Glück nicht dabei. Erstschlag inspirieren ist auch so übel. Und der muss blocken, sonst stirbt er. Die macht nur noch einen Schaden. Ja, das ist Dauer. Eigentlich weniger sogar. Durch den Effekt nur noch mehr. Naja. Vier Schaden kriege ich mindestens. Gleicher Splitterart. Ich kann wenigstens mit denen blocken, oder? Warum kann ich mit denen nicht? Achso, der ist rot. Jetzt sind alle stärker geworden. Ultrastark. Wenn diese Karte einem gegnerlichen Champion Schaden zu verhält, diese und weitere von dir kontrollierte Einheit hat. Plus, eins, plus, eins. Ich dachte, das hätte der hier auch gehabt. Aber letzte Runde haben sie keinen Boni bekommen. Mach das. Solange er kein Leben kriegt, ist mir alles recht. Nächste Runde wäre ich eh tot. So sieht's aus, als ob ich zu löse wollen hätte. Fast, weil ich neunzehn Leben noch hatte. Ah, krass knappe Runde. Also der hätte mich jetzt, glaube ich, nächste oder übernächste Runde überrannt. Gold und deinen Boss gewinnen. Stimmt, deswegen war es auch so wichtig, gegen die Bosse zu gewinnen. Weil da könnte ein Pack drunter sein, oder halt coole Karten. So, zweite Phase. So, ich stoppe mal ganz kurz den Stream.